Das ist wir. Oh. Nein, nein, nein. Warte, tut mir leid. Warte, chills? Ja, ist... So, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Und ich begrüße euch ganz herzlich. Zurück zum fünften Part von Elex. Jawohl. Wo sind wir stehen geblieben? Abgesehen davon, dass es wieder mal regnet, wie jedes Mal fast am Anfang von den Parts. Das bedeutet, ganz klar, Leute, wir legen uns nochmal kurz schlafen, weil mich regt das ein bisschen auf, das Geflimmerte auf dem Bildschirm. So, das wird ihn ja nicht stören, wenn wir uns kurz da so ein paar Schnürchen in dem sein Bett reinlegen. Hoffen wir, dass mir deine Frau sich nicht nebenan legt. Okay. Es regnet, glaube ich, immer noch. Dann legen wir uns gerade nochmal schlafen, bis zum nächsten Morgen. Es regnet immer noch. Ähm, okay, dann bis zur nächsten Mittagsstunde schlafen. Jetzt ist gut. Tipptopp. Also. Wir haben ein paar Aufträge. Uns wurde das letzte Mal das Maul aufgerissen. Oder der Arsch aufgerissen. Als wir gedacht haben, wir können uns da so quer durch die Pampa schlagen. Geht nicht, haben die uns gesagt. Nee, 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 nicht mit uns. Im Süden hat er gesagt, wer dieser Ioder oder Ider oder ach, keine Ahnung mehr, wie der hieß. Dann machen wir uns nochmal auf den Weg dahin und hoffen wir, dass wir das Ganze auch irgendwie überleben. So, sehr schön. Lo, 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 lo. Wir können fliegen. Wir können fliegen. Da haben wir wieder ein bisschen was zum Einsammeln. Wir wissen ja... Oh, Goldade. Ah, da brauchen wir einen Spitzhacker. Okay, hier kann man sogar Bergbau ausführen. Das finde ich natürlich sehr cool. Oh, was haben wir denn da? Ist ja cool. Nicht sterben, nicht sterben. Ah, nichts besonderes. Kleiner Heidrank. Und eine Kralle. Das war aber ein Beutel gewesen. Nun denn. Belassen wir das mal so. Sind die immer noch da unten? Ich glaube schon, gell? Ja. Okay. Ja. Allein schaffe ich das hier gar nicht. Die sind viel zu stark. Wir müssen die umgehen, Leute. Das ist der Plan. Sieht coole aus mit dem Bogen. Die sehen uns nicht, gell? Ne, die sehen uns nicht. Tipptopp. Machen wir einen kleinen Sprung darüber. So. Ah, komm jetzt hoch da. Sehr schön. Na. Ich bin jetzt im Süden von dieser Festung. Der müsste ja... Da vorne haben wir ein Dinosaurier. Guck mal hier. Oder ist das das Gebäude, was wir schon kennen? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, ich habe so das Gefühl, es ist das, was wir schon kennen, oder? Nee. Oder? Nee, das kennen wir nicht. Ich höre Monster. Da. Komm schon. Oh, verdammt. Yes. Lad auf, lad auf, lad auf. Der weicht einfach aus. Dieser Bastard. Sehr schön. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Haben wir gut hingekriegt. Okay. Gehen wir mal hier rein und hoffen, dass wir das Ganze überleben. Gutes speichert ab. Das ist immer ein gutes Zeichen. Hier sind Feinde. Da oben ist rot. Oder auch nicht. Das ist immer wieder safe. Brause. Fackeln. Okay. Was haben wir hier? Noch eine Kralle. Sonst nichts mehr. Energiespeicher. Ein Krug. Noch ein Krug. Noch ein Krug. Noch ein Krug. Wein. Okay, das war's. Mehr hat's hier nicht. Ich dachte, hier gibt's ein bisschen was zu entdecken oder so. Aber. Da haben wir nochmal einen Heiltrank. Okay. Oh, da geht's runter. Da gehen wir nicht ohne gezogene Waffe runter, Leute. Oh, habt ihr das gehört? Okay. Ich seh einfach mal fast gar nix. Scheiße. Ist das giftig oder hier? Nee. Da kommen wir nicht rein. Kann man die nehmen? Nee, die kann ich nicht nehmen. Aber hier gibt's auch nichts zu holen. Oh, da kommen wir rein. Wow. Scheiße. Wo sind wir denn hier gelandet? Das ist sicher so ein Sadomaso-Tempel. Wow. Was war denn das? Ja, das vergiftet uns. Da kommen wir nicht runter. Okay, dann hauen wir hier wieder ab. Das ist noch nicht für uns gedacht, hab ich's Gefühl. Hauen wir hier lieber ab. Gut. Ähm. Also gut. Dann gehen wir mal hier lang. Schauen wir doch mal kurz im Logbuch nach. Ein Deal. Sinder möchte, dass du mit Korma... Okay, das kennen wir schon. Ragnar will seine Gegner besser einschätzen können. Ich soll ihm den Bericht aus mindestens zwei der großen Städte bringen, damit er ein im Bilde ist. Es gibt immer was zu tun. Ragnar sagt, es gibt immer was zu tun. Darum soll ich den Setzer Idor aufsuchen. Ah, genau, den suchen wir. Ja, Idor. Ähm. Da dieser scheinbar ein paar Probleme hat. Wenn ich das getan habe, soll ich ihm einen Bericht erstatten. Idor sollte sich im Umland bei einem entlegenen Weltenherz im Süden von Goliath aufhalten. Weltenherz im Süden von Goliath. Hier ist Goliath. Das ist der Süden. Ja. Vielleicht hier unten bei der kleinen Hütte. Darum haben wir wieder einen Feind. Ein gezielter Schuss. Der Typ gibt den Level ab. Mann. Nochmal. Zack. Zack. Ja, das machen wir doch gar nicht mal so schlecht. Das ist hier so eine richtige postapokalyptische Umgebung. Ich kann mir richtig vorstellen, was für ein schönes Haus das hier war. Mich schreckt es ein bisschen auf, dass ich mit gezogener Waffe keine Gegenstände einsammeln kann. Was hätte der nicht noch eine Hand frei? Kann man sich auf jeden Fall schlafen legen. Oh, guck mal, ein Spielzeugdino. Ist ja cool. Wofür man auch immer mal den brauchen kann. Oh, da geht es nicht mehr unter. Irr-Dor oder so hieß der, gell? Genau. Aber, was ist denn, was ist denn auch vor allem ein Weltenherz? Ja, wir checken einfach mal hier die ganzen Gebäude ab. Seife. Ich glaub sonst hier. Gehen wir mal da hin, ne? Na, nochmal aufmachen schnell. Sollen wir den Wegepunkt setzen. Ähm. Mit X. Gehen wir mal hier hin. So. Da können wir wieder was einsammeln. Eine Mahnerpflanze. Hier auch wieder. Eine Mahnerpflanze. Ähm. Dum, 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 dum. Boah. Oh, oh. Hey, dreh dich. Zack. Nein. No, ich wollte eigentlich Jetpack grad machen. Oh, ey. Es kann doch nicht sein, dass wir so schwach sind. Mann. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Der ist da. Das kann gut sein. So. Erstmal erledigen wir den anderen da oben. Auch allein schon wegen den Erfahrungspunkten, die wir uns geben. Die erlege ich mit drei Schüssen. Wenn ich alle drei treffe, ja. So. Da haut er uns mit einem Schloch einfach weg, der Rüpel. Du, 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 du. Düp. So. Dum, bum, 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 bum. Ich hoffe doch, dass der... Oder dass wir uns jetzt ein bisschen besser anstellen, wenn wir gegen den Kämpfen. Okay, okay. Wow. Der ist viel zu stark. Wir müssen hier weg. Lauf! Nein, was ist denn da? Komm, verfiss dich! Ich laufe aber auch noch genau auf den Spaß zu. Ja. Na, komm. Lassen wir das. Mann, das kann doch nicht sein, dass die so schwer sind. Davon ist ja noch mehr von diesen scheiß Dinosaurier. Mann, Mann, Mann. Leute, Leute, Leute. Im Süden von Goliath. Das ist Goliath. Hier ist der Süden. Und der ist hier aber nicht. Ich könnte jetzt zwar auch schnell gucken, aber das mache ich jetzt nicht. Ich wette mit euch, dass ich gleich jetzt angegriffen werde wieder von... ...irgendwelchen Bastarden, die hier rumlaufen. Wir haben ja Metallschrott. Finde ich immer gut. Bisschen Brause. Das sieht aus, als wäre hier einer hingerichtet worden. Mann, 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 Mann. Da sind wieder diese Typen da. Ja. Komm, da gehen wir jetzt erstmal wieder nach Goliath und machen halt den anderen Auftrag. Schauf, wir kommen von hier aus da hoch. Mit Chormark sprechen. Das ist doch der Anführer, der... Ach, irgend so ein Clan-Anführer ist das doch. Oh, oh. Also von da kommen wir nicht hoch. Aber von hier. So. Jetzt da oben auf den Vorsprung. Ich sehe jetzt schon, ich falle da runter und bin tot. Was ist denn das da unten? Könnt ihr das? Ja, komm, da gehen wir nochmal lang. Sonst gehen wir außen rum. Vielleicht können wir da wenigstens noch ein paar Mobs killen, damit wir ein bisschen Erfahrung kriegen. Oh, tatsächlich, da ist einer. Ich hoffe, der ist verbindet. Ne, es sind zwei feindliche. Oh, klasse. Ah, das ist ein einfacher Berlin. Okay, den sollte ich kriegen. Kann meine Waffe im Flug nicht wechseln. Oh, mein Gott. Ist das nicht dein Ernst? Okay. Ich teleportiere... Wieso teleportiere ich mich auch nicht da hoch? Also, ab nach Goliath. Ja, ist gut. Mein Gott. Das kann es doch nicht sein. Also, mit Chormark sprechen. Den Anführer. Ich glaube, das ist der Anführer der Nebelkräne oder so. Neben die Clanhäuser erkennt man ja gerade an diesen roten Flaggen hier. So. Wer ist das? Ah, da ist er schon. Ah, ein Fremder. Ich hoffe, du wirst hier gut behandelt. Ich weiß, dass die Leute hier gerne über Fremde tratschen. Auch wenn wir es nicht tun sollen. Wir sind alle im Krieg mit den Alps. Wir freien Menschen sollten zusammenhalten und uns nicht an jeder Ecke misstrauen. Mir ist egal, wenn sich die Leute über mich das Maul zerreißen. Ein ruinierter Ruf kann dir viel Ärger einbringen. Die meisten Bewohner Goliaths stehen allem Fremden misstrauisch gegenüber. Das wundert einen auch nicht bei dem, was außerhalb Goliaths auf einen wartet. Aber du bist nicht der Erste. Die meisten Fremden werden hier kritisch beäugt. Das ergeht jedem so, der unser Tor durchschritten hat. Ich bin alt genug, um Geschwätz und Wahrheit auseinanderhalten zu können. Nur kriegt das mal in die Schädel dieser Sturköpfe hinein. Da hilft es auch nicht, sie auf unser Gesetz hinzuweisen. Mhm. Ja. Sandra braucht eure Hilfe. Sie sind da. Der Hammerclan ist immer bereit zu helfen. Worum geht das? Hammerclan. Sie braucht Leute, die die Nahrungslieferungen aus dem Wald holen. Hm. Mein Brotter ist leer. Das ist doch Aufgabe des Eisenclans. Der Eisenclan weigert sich. Die Männer des Eisenclans sind gestorben. Die Männer des Eisenclans sind gestorben. Es gibt auch noch genug von ihnen. Das sind mir vielleicht Feiglinge. Wenn ich helfen soll, dann nicht ohne meine Männer passend auszurüsten. Angesichts der Umstände schrecke ich auch vor unkonventionellen Methoden nicht zurück. Ich will schließlich nicht, dass meine Männer wie die vom Eisenclan enden. Also wirst du mir einen Bewegungssensor beschaffen. Am besten begibst du dich zum Schlund und siehst dich dort nach einem um. Ist das nicht gegen das Gesetz? Mach dir darum mal keine Sorgen. Okay, cool. Sobald ich den Sensor habe, kläre ich das. Hol ihn einfach. Okay. Zum Schlund. Finde ich cool. Das sieht nach einer richtigen Mission aus. Komag will das Bewegungssensor aus dem Schlund stehle. Ja. Weißt du? Das Lustige an dem Ganzen ist jetzt aber auch... Jetzt mal ohne Scheiß aber. Wo ist denn der Schlund? Ist das das hier? Kann man da nicht irgendwo... einblenden? Wieso sind die denn nicht eingeschaltet hier? Die kann ich ausschalten. Missionsziele. Wieso kann ich denn das nicht einblenden? Hä? Bin ich jetzt vollkommen? Eingabe umschalt. Ey. Das muss ich dann gleich nach dem Part mal nachschauen. Ob da irgendein Bug gerade vorliegt oder irgend sowas. Ähm. Ich muss schnell nachschauen. Gucken wir da doch mal ganz schnell nach. Das... Weil... Ey. Ich kann ja quer durch die Wildnis einfach laufen jetzt. Also schauen wir mal. Google. So. Elex. Wo ist der? Mhm. Das sagt mir nix. Sagt mir gar nix. Super. Toll. Danke. Hier sehe ich nur ein paar Bilder. Och Mann. Wo soll denn das sein? Okay, Leute. Wir sind sowieso jetzt bei 18 Minuten angekommen. Ich glaube, ich tue jetzt den Part an der Stelle beenden hier. Ähm. Weil es bringt mir nix, jetzt quer durch die Pampa zu laufen. Und dann werde ich wieder tausendmal verreckt und alles mögliche. Es kann gut sein, dass das ja ein kleiner Bug ist, dass ich die, ähm... Sag schon. Oder hat das mit der Schwierigkeit was zu tun, dass ich nicht... Dass der mir das nicht anzeigt? Nee, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Weil hier. Die sind ja ausgefüllt. Kann ich ein- und ausschalten. Aber meine Auftraggeber und Missionsziele... Oder muss ich mir die Mission irgendwie hier... ...auf Karte markieren? Oh, nee. Echt jetzt? Okay. Okay, ich glaube, ich weiß wie. Ich glaube, ich weiß wie. Ähm, wo war das denn jetzt? Oh, ist ja cool, wenn das jetzt wirklich so funktioniert. Schauen wir mal nochmal kurz. Ähm. Um zum Schlund zu gehen. Jetzt mit Y. Ah, kannst du den markieren? Okay, und jetzt? Ja, hier. Kormak? Ragnar? Ja, aber es zeigt mir trotzdem nicht an, wo der Schlund ist, ne? Das wisst ihr schon. Kann ich auch gerade alle Aufträge? Oder kann ich immer nur einen? Ja, ich kann immer nur einen. Einen Auftrag machen. Ja, okay. Kormak wäre bereit, einige seiner Männer abzustellen, um die Lieferung aus dem Wald wieder zu... Allerdings hat er eine Bedingung, um seine Männer zu schützen. Möchte er, dass ich einen Bewegungssensor aus dem Schlund besorge. Dort unten müssten noch welche liegen, die man reparieren könnte. Ich sollte die, die Kormak bringen. Wie ist ihm egal? Kormak? Ragnar? Das sind die Leute, mit denen ich alle geredet habe. Und Sinder. Ah, wenn es orange ist, glaube ich, ist das mein Ziel, oder? Wie war das gewesen? Auftraggeber, Missionsziel. Oder ich muss nochmal mit dem reden. Ich rede nochmal. Der soll mir schnell sagen, wo der Schlund ist. Das liegt noch in der Zeit, Leute. Das liegt noch in der Zeit. Das schaffen wir noch. Machen wir ganz schnell. So, mein Lieber, jetzt reden wir mal ein ernstes Wörtchen hier. Bringen wir das bei. Ah, hier, wie komme ich an der Schlundwache vorbei? Wie komme ich an der Schlundwache vorbei? Du meinst, Agor? Sei kreativ. Denk dir was aus. Spring von oben hinein. Finde einen Weg außen herum. Oder locke ihn weg. Das kriegst du schon hin. Hm. Okay. Okay. Hat sich was verändert? Okay, das sagt mir jetzt aber trotzdem nicht, wo der Schlund ist. Ah, das könnte das Ding hier sein. Vielleicht. Wir gucken ganz schnell. Ah ne, das ist ja das da oben. Ah. Hier oben können wir übrigens noch schnell Elixit holen. Und dann schauen wir beim nächsten Part, wie wir in der Schlund reinkommen. Aber wieder was Kleines gelernt, dass wir... Oh. Nein, nein, nein. Warte, tut mir leid. War it chills? Okay, Leute, das ist unser Stichwort. Wir hören jetzt auf an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend noch und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Part wieder ein. Wenn es darum heißt, für den guten alten Kohlmark den Sensor zu beschaffen. Haltet die Warnstein, Flohle. Und ciao. Und ciao. Und ciao. Und ciao.